Hm, ich könnte ein Barbecue mit meinen Freunden veranstalten. Spieglein, Spieglein, ruf meine Schwester an. Hui, jemand ruft an. Ihr isst es. Hallo Leute, ich gebe nächste Woche ein Grillfest und ihr seid alle eingeladen. Juppi! Barbecue, Barbecue. Spieglein, Spieglein, ruf Herrn Monin an. Hui, wer ist das? Hallo Herr Monin. Hui, für was ist das denn alles? Pass auf Lilly, was willst du denn überhaupt? Ich wollte dir sagen, dass ich nächste Woche ein Grillfest bei mir zu Hause veranstalte und du bist eingeladen. Juppi! Ich muss den Grill aus dem Lagerraum holen, um ihn zu reinigen. Lalalalalala, lalalala. Da bist du ja. Hehehe. Uiuiui, ich glaube er klemmt. Nun, dann muss ich wohl meine Magie einsetzen, um ihn herauszuholen. Was soll schon passieren? Hehehe. 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 Oh, der ist ja so niedlich. Wie? Na komm, lass uns in den Garten gehen. Oh, 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 oh. Keine Sorge. Du brauchst keine Angst haben. Oh, oh, oh. Lass uns zum Grill in den Garten gehen, um dich zu reinigen. Wow. 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 Ich hab dich. Ich hab dich. Komm, wir machen dich sauber und grillen. Hehehe. 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 Ja. Hoi. So erfrischend. Hehehe. Hehehe. Juppie. Ja. Uazzupisc зачем. Juhu. Du kannst mich nicht warnen. Gluck, 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 gluck. Und dann fand die Prinzessin den Schlüssel. Juppie, heute ist das Grillfest. Juppie, Juppie, Juppie. Lass uns in die Küche gehen, um das Essen zu holen. Ja, gut. Bring das in den Garten. Oh. Wow, dieser Grill ist ja merkwürdig. Lili muss wohl ihre Magie eingesetzt haben. Lass uns das Feuer anmachen. Oh. Bleib stehen. Er entkommt. Tut mir leid, Barbecue. Es ist gut, mein Lieber. So ist es gut. Wie seltsam das alles ist. Und wenn wir nochmal Magie einsetzen? Nein, nein. Jetzt legen wir Fisch und Fleisch dazu, damit ihm nichts passieren. Mh, super lecker. Lili, er isst uns ja alles weg. Lili, wir sind so unregend. Très, tris, trast. Der Grill wird wieder normal sein. Jetzt können wir endlich mit dem Barbecue beginnen. Mh, das schmeckt so gut. Fertig, Leute. Juppie. Lasst uns essen. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Alles schmeckt so gut. Mh, 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 mh. Testlich. Lili. Lili, das war eine tolle Idee. Danke, Lili. Hatten wir eine tolle Zeit. Tschüss, Lili. Tschüss, Freunde. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Bibi, 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 Bibi